Blüdetag 48 im Docht-System Grow. Zwei AK-47 Stecklinie in Euroboxen, passiv bewässert über Dochte. Seit dem letzten Update sind vier Wochen vergangen. Wer die vorherigen Videos nicht kennt, der Link dazu ist in der Beschreibung. Im folgenden zeige ich die Entwicklungen der jeweiligen Blütewochen und gehe zusätzlich auf allgemeine Beobachtungen ein. Teilweise wird dabei etwas vorgegriffen. Nicht alle Inhalte lassen sich exakt einer bestimmten Woche zuordnen. Blütewoche 4, Tag 25 Die Pflanzen zeigen sich vital. Die Blüteentwicklung ist deutlich im Gange. Im oberen Bereich sind die Blattstiele rötlich gefärbt, allerdings nur dort, wo sie direkter und intensiver Beleuchtung ausgesetzt sind. Da die Nährstoffversorgung konstant auf hohem Niveau liegt, kann ein Mangel ausgeschlossen werden. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine lichtinduzierte Verfärbung. Es wurde keine Entlaubung durchgeführt. Entfernt wurden lediglich kleine Blütenansätze unten im Schatten sowie schwache Seitentriebe, die das Blätterdach nicht erreichen. Blütewoche 5, Tag 23 Inzwischen werfen die Pflanzen zunehmend ihre unteren Blätter ab. Vermutlich aus Effizienzgründen, da diese Bereiche kaum noch Licht erhalten. Im oberen Bereich sieht alles weiterhin gesund aus. Der Harzbesatz hat im Vergleich zur Vorwoche deutlich zugenommen. Meine größe Sorge von Beginn an war, dass das Substrat rund um die Dochte versalzen könnte, mit der Gefahr von Lockouts, da ich komplett Minerale stünge. Einige hatten mir empfohlen, die Erde regelmäßig zu spülen, um das zu verhindern. Darauf habe ich jedoch bewusst verzichtet, da es sonst nicht erkennbar wäre, ob das System auch ohne Eingriffe langfristig stabil bleibt. Testweise habe ich insgesamt zweimal das Substrat gegossen, bis etwas Drain entstand, um Rückschlüsse auf den Salzgehalt und pH in der Erde ziehen zu können. In beiden Fällen waren die Drain-Werte fast identisch zur Lösung im Tank. Ein Hinweis darauf, dass keine nennenswerte Salzansammlung stattgefunden hat. Den EC-Wert der Nährlösung habe ich schrittweise erhöht, bis im Tank kein Absinken zum nächsten Wechsel mehr messbar war. Am höchsten Punkt lag der EC bei 2,5 Millisiemens pro Zentimeter. Der Zielbereich für den pH liegt aktuell bei etwa 5,9 bis 6,0. Mittlerweile wird der EC wieder etwas abgesenkt. Blütewoche 6, Tag 39 Der aktuelle Wasserverbrauch liegt bei etwa 2 bis 2,5 Litern pro Tag, abhängig vom Raumklima und der Lampenleistung. Ich vermute, dass sich der Verbrauch durch das Zusatzlicht in den nächsten Tagen noch etwas steigern wird. Etwa alle 4 Tage wird die restliche Nährlösung im Tank entfernt und durch 10 Liter frische Lösung ersetzt. EC und pH werde kontrolliere ich alle 2 Tage. Ich habe auch einmal versucht, nur nachzufüllen und den Rest im Tank zu belassen. Dabei ist der pH allerdings zu stark abgesunken. Diese Methode wurde daher nicht weiter verfolgt. Blütewoche 8, Tag 49 Mittlerweile sind alle unteren Blätter vollständig von selbst abgefallen. Die Pflanzen haben sich damit gewissermaßen selbst entlaubt. Die Blüten haben seit der letzten Woche sichtbar zugelegt. Ein Teil der Stigmen beginnt sich nun bräunlich zu verfärben. Um Mengen vorzubeugen, wurde von Beginn an mit erhöhtem Calcium- und Magnesiumgehalt gearbeitet. Etwa 50 mg pro Liter Magnesium und 120 mg pro Liter Calcium. In der letzten Woche sind dennoch erste Symptome aufgetreten. Braune Punkte an den Blattadern der oberen Blätter, bislang jedoch in sehr geringem Ausmaß. Ich vermute, dass die Ursache eher in einer zu spät erfolgten Stickstoffreduktion liegt, wodurch das Nährstoffverhältnis zwischen Stickstoff, Calcium und Magnesium aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wie sich das weiterentwickelt, bleibt abzuworten. Die Wurzeln haben den Tank inzwischen fast vollständig durchwachsen. Das System ist dadurch mindestens zur Hälfte ein DWC geworden. Trotz der großen Wurzelmasse gibt es keine Anzeichen von Wurzelfäule. Die Sprudler scheinen ausreichend Sauerstoff zu liefern. Ich verwende dafür relativ kleine Luftpumpen von Amazon, Link dazu in der Beschreibung. Die Wurzeln selbst wirken stabil, fest und gesund, auch wenn sie nicht mehr komplett schneeweiß sind. Auf dem Video wirken sie jedoch noch etwas bräunlicher als in echt. Die Dochte fördern weiterhin zuverlässig. Laut Erdfeuchte-Sensor gibt es keine Hinweise auf Verstopfungen durch die Wurzeln. Es sind keine sichtbaren Algen oder Biofilm erkennbar, obwohl das Licht durch die Grifföffnung in der Tankbox fällt. Der Tank wurde seit dem letzten Update nicht gereinigt. Es wurde lediglich regelmäßig die Nählösung gewechselt. Geruchlich ist das System unauffällig, nur ein leichter erdiger Geruch, der etwas an Kartoffeln erinnert. Nach dem letzten Video zum Under Canopy Light habe ich mich dazu entschieden, vorerst nur von oben zu beleuchten, da ich das Risiko von Zwittern zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr eingehen wollte. Die Konstruktion wurde stattdessen dafür genutzt, um zusätzliche Sunlight Panels von oben zu ergänzen. Die Ausleuchtung auf der gesamten Fläche hat sich dadurch deutlich verbessert. Da die Panels relativ nah an den Zeltwänden montiert sind, wird ein Teil des Lichts schräg reflektiert und erreicht somit auch die tiefer liegenden Bereiche unterhalb des Blätterdachs. Man sieht deutlich, dass mit dem Zusatzlicht spürbar mehr Licht am Boden ankommt und tiefer in das Blätterdach eindringt. Zur Optimierung der Lampenhöhe wurden zusätzlich die Easy Rolls entfernt, um die letzten Zentimeter auszunutzen. Aktuell liegt der Abstand bei etwa 30 cm. Die komplette Fläche bekommt relativ gleichmäßig 800 µMol pro Quadratmeter. Insgesamt ziehen die Lampen dabei 200 Watt. Für die LED-Leisten ist bereits eine weitere Verwendung geplant. Das Projekt dazu startet in den nächsten Tagen. Bisher zeigt das System eine insgesamt stabile Performance. Es gibt keine Hinweise auf Versalzung, keine Ausfälle und die Nährstoffaufnahme scheint auch zu funktionieren. Auch die Blüteentwicklung ist zufriedenstellend, inklusive eines ordentlichen Harzbesatzes. Wenn du wissen willst, wie das Ergebnis zum Schluss aussieht, bleib dran. Fragen, Anregungen oder Eigenerfahrungen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.